Die politischen Parteien der Schweiz sind stark vom Schweizer Föderalismus geprägt. Die größeren Parteien sind meist auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene durch kantonale und kommunale Sektionen aktiv. Wogegen sich viele kleine Parteien auf die politische Arbeit in ihrem Kanton oder in ihrer Gemeinde beschränken? Die Parteienlandschaft ist heterogen. Vier bis fünf größere Parteien, die meist in Bund, Kantonen wie auch Gemeinden Regierungsverantwortung wahrnehmen. Und viele kleine Parteien decken das ganze politische Spektrum sowie eine Reihe von Sonderinteressen ab. Der Wähleranteil der beiden großen politischen Lager ist seit rund 100 Jahren praktisch unverändert. Bürgerliche Parteien vereinen rund zwei Drittel, linke Parteien ein Drittel der Stimmen auf sich. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern besteht kaum eine Parteiengesetzgebung und ist die Parteienfinanzierung weitgehend unreguliert. Die Schweizer Parteienlandschaft Die wichtigsten Parteien der Schweiz sind die sogenannten Bundesratsparteien. Dabei handelt es sich um die wählerstärksten Parteien, die mindestens einen Vertreter in der Landesregierung, also im Schweizerischen Bundesrat, haben. 1959 bis 2008 waren dies konservative Sozialdemokraten, Freisinnige bzw. Liberale und Christdemokraten. Nach der Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher bei den Bundesratswahlen 2007 erklärte sich die SVP jedoch zur Oppositionspartei und schloss ihren bisherigen Bundesrat Samuel Schmidt und die neu gewählte Evelina Widmer-Schlumpf aus der Parlamentsfraktion aus. 2008 folgten der Ausschluss von Widmers Kantonalpartei sowie der Austritt Schmitz aus der SVP Schweiz. Seit der Wahl von Ueli Maurer als Nachfolger von Schmidt am 10. Dezember 2008 ist die SVP wieder im Bundesrat vertreten. Die Bezeichnung Regierungsparteien für jene politischen Kräfte ist unüblich, da in der Schweiz keine parlamentarische Opposition im eigentlichen Sinne besteht. In der Schweiz ist es dafür durchaus üblich, dass eine im Bundesrat vertretene Partei bei einer bestimmten Sachfrage in Opposition zu diesem agiert. b. Bei Parolen zu Volksabstimmungen Die Schweizer Parteienlandschaft ist traditionell in ein bürgerliches und ein linksgrünes Lager geteilt. Das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Lagern hat sich auf der nationalen Ebene seit der Einführung der Proporzwahl 1919 kaum geändert. Innerhalb der beiden Lager finden jedoch teilweise größere Verschiebungen statt. So wären der 2000er Jahre auf der bürgerlichen Seite mit dem Aufstieg der Schweizerischen Volkspartei auf der linken Seite mit dem Erstarken der Grünen. Zudem war seit der Ende der 1990er Jahre eine Schwächung der bürgerlichen Mitte zugunsten der radikaleren Rechten feststellbar. Nach den Wahlen 2011 mit Verlusten besonders für die SVP und die Grünen einerseits. Andererseits erfolgen der gemäßigteren bürgerlichen SVP-Abspaltung WDP sowie der grün-liberalen Partei gilt die Mitte hingegen wieder als gestärkt. Die Parteien-Systeme der einzelnen Kantone unterschieden sich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts teilweise stark sowohl voneinander als auch von der nationalen Konstellation. Mit der Vereinheitlichung und Zentralisierung der Mediensituation hat sich seither die Parteienlandschaft der Kantone derjenigen in den urbanen Zentren der Deutschschweiz angeglichen. Die einzelnen kantonalen Sektionen einer Partei haben aber immer noch teilweise unterschiedliche Profile oder unterscheiden sich von ihrer Mutterpartei. So ist in den meisten katholischen Deutschschweizer Kantonen die Linke schwach vertreten, dafür beherrschen die CVP und die FDP die Politik. In den reformierten Kantonen ist die ursprünglich katholische CVP nur eine Kleinpartei, während SVP, SP und FDP die Politik bestimmen. Das Profil der CVP ist in den katholischen Hochburgen ausgesprochen konservativ, während es Z.B. im Kanton Zürich liberal ausgerichtet ist. Die SVP hat seit der Abspaltung der BDP in allen Kantonen und auf nationaler Ebene ein rechtskonservatives bis rechtspopulistisches Profil. Parteiengesetzgebung Die Schweiz gehört zu den wenigen europäischen Ländern, die über keine besonderen gesetzlichen Bestimmungen zu den politischen Parteien verfügen. Weder zu deren Finanzierung noch zur Finanzierung von Wahlkampagnen. Die Group of States Against Corruption, ein Teilabkommen des Europarates im Fall der Schweiz daher im Jahr 2011, Vorschriften über die Buchführung und Offenlegung von Spenden durch die Parteien einzuführen. Der Bundesrat lehnte dies ab, weil seiner Meinung nach mehr Transparenz die Spender und Sponsoren der Parteien abschrecken würde und letztendlich eine staatliche Parteienfinanzierung zur Folge haben würde. Die Schweizer Gesetzgebung definiert den Begriff der politischen Partei nicht. Er kommt in der neuen Bundesverfassung vom 18. April 1999 vor, in der Folgendes festgehalten ist. Die politischen Parteien wirken an der Meinungs- und Willensbildung des Volkes mit. Ebenfalls enthalten ist er in der Verordnung der Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002 über das Parteienregister. Als politische Partei im Sinne von Artikel 76 ABPR gilt ein Verein, der aufgrund seiner Statuten vornehmlich politische Zwecke verfolgt. Die politischen Parteien in der Schweiz haben in den meisten Fällen die Rechtsform eines Vereins, damit sie über eine Rechtspersönlichkeit verfügen. Die politischen Parteien sind nicht verpflichtet, sich registrieren zu lassen. Eine Partei kann jedoch verlangen, dass sie in einem von der Bundeskanzlei geführten Parteienregister erfasst wird. Dazu hat sie bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Sie muss die Rechtsform eines Vereins aufweisen und mit mindestens einem Mitglied im Nationalrat oder aber mit mindestens je drei Mitgliedern in drei Kantonsparlamenten vertreten sein. Mit dem Parteienregister-Eintrag werden die Parteien bei eidgenössischen Wahlen von gewissen administrativen Formalitäten befreit. Parteienfinanzierung Die Finanzierung von politischen Parteien und Wahlkampagnen sowie die Buchführung der Parteien darüber ist in der Schweiz auf. Bundesebene gesetzlich nicht geregelt Dieses Thema ist jedoch regelmäßig Gegenstand von parlamentarischen Vorstößen, wobei diese auf Bundesebene bislang nicht zu entsprechenden Gesetzesentwürfen geführt haben. Nur in zwei Kantonen, Tessin und Genf, bestehen Vorschriften über die Offenlegung von Parteispenden und der Jahresrechnung. Die Volksinitiative für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung für die linke Parteien und die BDP ab April 2016 Unterschriften sammeln, verlangt die Offenlegung von Beiträgen von über 10.000 Franken an Parteien oder Kampagnen auf Bundesebene. Die Eidgenossenschaft finanziert weder die politischen Parteien noch die Wahlkampagnen direkt. Gemäß dem Parlamentsressourcengesetz erfolgt jedoch eine öffentliche Finanzierung zugunsten der Mitglieder der Eidgenössischen Räte und der Fraktionen Diese jährliche Finanzierung der Fraktionen, die zur Deckung der Kosten ihrer Sekretariate dient, setzt sich aus einem Grundbeitrag von CHF 94.500 pro Fraktion und einem Beitrag von CHF 17.500 pro Fraktionsmitglied zusammen. Die Gesamtsumme dieser Finanzierung entspricht für das Budget des Bundes gegenwärtig einem Betrag von etwa 4 Schweizer Fros und 8 Millionen. Für die private Finanzierung von politischen Parteien und Wahlkampagnen bestehen weder Vorschriften noch Einschränkungen. Gemäß den Statuten der Parteien finanzieren sie sich aus folgenden Quellen. Jahresbeiträge der Mitglieder Spenden und Schenkung Erträge aus dem Verkauf von Produktion und Dienstleistungen Beiträge der Fraktion Beiträge von Parlamentarierinnen und Parlamentariern, von Richterinnen und Richtern sowie von Magistratspersonen, die der Partei angehören. Seit 2009 können Mitgliederbeiträge und Spenden an politische Parteien vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden, sofern die Partei im Parteienregister eingetragen ist, in einem kantonalen Parlament vertreten ist oder in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments mindestens 3% der Stimmen erreicht haben. Für die direkte Bundessteuer ist höchstens ein Gesamtbetrag von CHF 10.000 abzugsfähig. Die Kantone legen den entsprechenden Höchstbetrag für ihre Steuern selbst fest. Insbesondere Schweizer Unternehmen unterstützen politische Parteien finanziell, wobei die Kriterien dafür und die Begünstigten in der Regel nicht öffentlich bekannt gemacht werden. Von dieser Praxis wichen 2012 für die Großbanken Credit Suisse und UBS ab, welche ankündigten, die Parteien im Verhältnis ihrer Parlamentsmandate mit je insgesamt einer Million Franken zu unterstützen. Die Credit Suisse will alle Parteien unterstützen, die UBS dagegen nur diejenigen, die sich eindeutig zu Wettbewerb und Marktwirtschaft bekennen. Liste der politischen Parteien in der Schweiz In der Bundesversammlung vertretene Parteien Bürgerlich-Demokratische Partei Bürgerlich-Konservativ-Mitte Christlich-Demokratische Volkspartei Christdemokratisch-Bürgerlich-Breites Spektrum von leicht links der Mitte bis klar rechts Christlich-Soziale Partei Obwalden Christdemokratisch-Mitte Evangelische Volkspartei Evangelisch-Wertkonservativ-Ökologisch-Mitte FDP-Die Liberalen Bürgerlich-Wirtschafts-Liberal-Gesellschafts-Liberal-Mitte-Rechts Grüne Partei der Schweiz Ökologisch-Pazifistisch-Feministisch-Gesellschafts-Liberal-Links Grün-Liberale Partei Ökologisch-Wirtschafts-Liberal-Gesellschafts-Liberal-Mitte Lega-Daiti-Chinesi Isolationistisch-Konservativ-Stark-Rechts Movement-Cituiens-Romance-Gene-Voice Protestpartei Populistisch-Gegen-Grenzgänger-Romandie Partei der Arbeit der Schweiz Kommunistisch-Äußerst-Links Schweizerische Volkspartei Rechtspopulistisch-National-Konservativ-Teils-Wirtschafts-Liberal-Isolationistisch Sozialdemokratische Partei der Schweiz Sozialdemokratisch-Für-Staaten-Sozialstaat-Ökologisch-Gesellschafts-Liberal-Links Diese möglicherweise unvollständige Liste umfasst Organisationen, die Gegenstand eines eigenen Artikels sind oder die in einem Kantons- oder Gemeindeparlament einer Gemeinde mit mehr als 15.000 Einwohnern vertreten, sind bzw. waren Nationale Parteien und Bewegungen Alternative-Linke Links-Alternativ-Sozialistisch-Ökologisch Autopartei Antigrün-Rechts-Populistisch-Konservativ-Isolationistisch-Stark-Rechts Christlich-Soziale Partei Christdemokratisch-Ökologisch-Sozialliberal-Städt-Christlichen-Gewerkschaften-Nahe-Links Eidgenössisch-Demokratische Union Christdemokratisch-Wertkonservativ-Isolationistisch-Rechts Humanistische Partei der Schweiz Humanistisch-Links-Teil der humanistischen Bewegung Integrale Politik Schweiz Integrales Welt- und Menschenbild Katholische Volkspartei der Schweiz Katholisch-Fundamentalistisch-Isolationistisch-Ökologisch Partei National-Orientierter Schweizer Nationalistisch-Antidemokratisch-Rechts-Extrem Piratenpartei Schweiz Für Stärkung der Grundrechte Freier Zugang zu Wissen und Kultur Schweizer Demokraten Isolationistisch-Nationalistisch-Ökologisch-Rechtspopulistisch Sozialliberale Bewegung Sozialliberal-Wertkonservativ-Mitte-Links Kantonale und regionale Parteien und Bewegungen Allianz Degosch Wahlbündnis zwischen der Partei der Arbeit und Solidarreiz Altenparlament Berner Oberland Rechtsesoterisch Alternative Liste Kanton Zürich und Kanton Schaffhausen Links alternativ-Sozialistisch-Ökologisch Arealiberale Kanton Tessin Liberalkonservativ im Kantonsparlament vertreten Baselstarke Alternative Kanton Baselstadt Mitglied der Grünen Bewegung für den Sozialismus Im Kantonsparlament des Kantons Tessin vertreten Demokratisch-Soziale Partei Kanton Graubünden und Kanton Freiburg Vormals Kanton Baselstadt Reformorientiert Leicht links der Mitte Forum Liberale Mitte Kanton Aargau Rechtsliberal Bürgerlich-Ökologisch Grüne Partei Bern Demokratische Alternative Kanton Bern Ökologisch-Wachstums- und Behördenkritisch Im Kantonsparlament des Kantons und im Stadtparlament der Stadt Bern vertreten Mitglied der Grünen Gruppe für Innerhoden Kanton Appenzell Innerhoden Mitte links Zusammenarbeit mit der SP Früher vereinzelt im Nationalrat vertreten Junge Alternative Ja Kanton Bern Jugendpartei Links alternativ Les Kommunistes Kanton Genf Kommunistisch L'Iguoduns Er eine politische Bewegung Gehörte zur Frontenbewegung Öko-Liberale Bewegung Schaffhausen Kanton Schaffhausen Mitglied der Grünen Parti Socialiste Autonome Sozialdemokratisch Teil der SP Kanton Jura Für Vereinigung des Berner Jura mit dem Kanton Jura Im Großen Rat des Kantons Bern vertreten Partito Kommunista Tessin Kommunistisch Im Dezember 2014 aus der PDR ausgeschlossen Im Kantonsparlament des Kantons Tessin vertreten Solidarites Romandie Sozialistisch äußerst links Waut Libre Vereinigung mehrerer kommunalpolitischer Gruppierungen im Kanton Wart Zentristisch Im Großen Rat des Kantons Wart vertreten Volksaktion gegen zu viele Ausländer und Asylanten in unserer Heimat Kanton Baselstadt Rechtspopulistisch Kommunale Parteien und Bewegungen Belinsonar Vivibeil Kommunalpolitische Gruppierung in Belinsonar Bieler Volkspartei 2010 von der SVP abgespalten Bürgerliches Forum Positives Wedenswill Gemeinde Wedenswill Rechtsbürgerlich Krampfe und Hirne Frau in Feld Im Stadtparlament mit 5 Personen vertreten Für umweltfreundliche städtische Verkehrspolitik Die Eidgenossen Biel Bien aus der Freiheitspartei entstanden Rechts Atatepur Montay Montay Forum 5430 Gemeinde Wettingen Forum Ostermundigen Freie Liste Gossau Freie Liste Kreuzlingen Freie Wähler Adliswill Seit Anfangs 30er Jahre bestehende kommunalpolitische Gruppierung Gemeindeverein Opfikon Glattburg Gemeinde Opfikon Irnutze Belinsonar Gruppierung um den 2012 abgewählten Stadtpräsidenten Brenno Martinioni Jetzt Linke Gemeindepartei in der Stadt Arrau Menschen für Frau in Feld Im Stadtparlament von Frau in Feld vertreten Nouveau Partiliberal Partei des ehemaligen Neuenburger Regierungsrats Fred Erik Heinert Im Stadtparlament von La Chaux-Defance vertreten Partei für Zürich Liberal-Konservativ Abspaltung der SVP Politische Frauengruppe St. Gallen Feministisch links im Stadtparlament von St. Gallen vertreten Pro Arrau Im Stadtparlament von Aarau vertreten Quartierverein Schlieren Kommunalpolitische Gruppierung in Schlieren Team Baden Stadt Baden Passarelle Biel Bien für parteilose Kommunalpolitik der Linken nahestehend Regelboke Egelshofe Kreuzlingen Nationale Jungparteien Junge Bürgerlich-Demokratische Partei Junge Christlich-Demokratische Volkspartei Junge Eidgenössisch-Demokratische Union Junge Evangelische Volkspartei Junge Grüne Jungpartei der Grünen Partei der Schweiz Junge Schweizer Demokraten Junge Grün-Liberale Schweiz Junge Schweizerische Volkspartei Jungfreisinnige Jungpartei der FDP Die Liberalen Schweiz Jungsozialistinnen Jungpartei der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz In der Reihenfolge ihrer Auflösung oder ihres Rückzugs aus der Politik Ehemalige linke Parteien Kommunistische Partei Opposition Kommunistisch gegründet 1930 mit einem Abgeordneten im Nationalrat vertreten Schloss sich 1935 der SP an Progressive Organisationen der Schweiz 68er stark links zwischen 1985 und 1993 in den Grünen und der SP aufgegangen Kommunistische Partei der Schweiz Marxisten-Leninisten Hervorgegangen aus dem 1964 in Lausanne gegründeten Center-Lenin Organisation des Marxistes-Leninistes-Deswisse-Maoistische Gruppierung 1987 übergegangen in die Freiheitlich-Sozialistische Partei, deren Spur sich nach 1989 verliert Liberal-Sozialistische Partei 1946 hervorgegangen aus dem Schweizer Freiwirtschaftsbund 1990 in der INWU Schweiz aufgegangen Revolutionäre Marxistische Liga Trotzkistisch gegründet 1969-1980 Namensänderung in Sozialistische Arbeiterpartei 1990 aufgelöst Nachfolgeorganisationen U.A.R. Solidaritäts und Bewegung für Sozialismus Entfernt auch in den Grünen Frauen-Machtpolitik Feministisch Links Bis 1999 im Nationalrat vertreten Ehemalige Rechtepartei Nationale Front Nationalsozialistisch Teil der Frontenbewegung 1940 aufgelöst Nachfolgeorganisation Eidgenössische Sammlung 1943 verboten Bauern-Gewerbe- und Bürgerpartei Bürgerlich 1971 zusammen mit der Demokratischen Partei in der SVP aufgegangen Republikanische Bewegung Republikanische Bewegung Fremdenfeindlich Rechtspopulistisch Nationalistisch Bürgerlich 1989 in den Schweizer Demokraten aufgegangen Vigilasse Kanton Genf Populistisch Fremdenfeindlich von 1975 bis 1989 im Nationalrat vertreten 1991 aufgelöst Ehemalige andere Parteien Jungbauernbewegung Abspaltung von der BGB für kleinbäuerliche Interessen für Lohn- und Preisstützungspolitik Ende 1940er Jahre Rückzug aus der Politik Demokraten Unabhängig Unabhängig Anfangs Erlings Später bürgerlich 1971 aufgegangen in SVP und der damaligen FDP Party Progressiste National Kanton Neuenburg Liberal von 1922 bis 1931 im Nationalrat vertreten 1981 in der liberalen Partei aufgegangen Landesring der Unabhängigen Sozialliberal Mitte 1999 aufgelöst Liberale Partei der Schweiz 2009 mit der FDP Schweiz fusioniert zur FDP die liberalen Freisinnig Demokratische Partei 2009 mit der LPS fusioniert zur FDP die liberalen Entwicklung des politischen Einflusses der Parteien Entwicklung des Wähleranteils bei Nationalratswahlen Entwicklung der Sitzverteilung im Bundesrat siehe auch Liste der politischen Parteien in Deutschland Politische Parteien in Österreich Jungpartei Politisches Spektrum Frontenbewegung Klopfenbewegung